Früh übt sich. Und damit das so bleibt, bemüht sich die Freiwillige Feuerwehr in Danstadt-Schauernheim um ihren Nachwuchs. Auch der Bürgermeister der Verbandsgemeinde weiß, nur mit Sirenen erreicht man die Jugend schon lange nicht mehr. Ich finde, man muss heute auch mal neue Wege gehen. Weil ich meine, für die jungen Leute heute ist die Auswahl so groß an Dingen, die man tun kann. Und dann denke ich, muss man auch für sich selbst ein bisschen eine coolere Werbung einfach machen. Und die sieht dann so aus. Fußgänger und Bewohner haben in der Vergangenheit die Außenfassade und damit wohl auch die Feuerwehr gerne mal übersehen. Am Anfang dachte ich, es ist ein bisschen grell. Aber dann, wenn man zwei, dreimal vorbeigefahren ist dran, dann hat man schon den Eindruck, dass es sehr schön geworden ist. Ich glaube, das soll auch so ein bisschen die Jugend ansprechen, dass die sich da mehr aktiv wieder da beteiligen. Und das ist eine gute Sache. Ich finde es gut gelungen. Auf jeden Fall ist so ein Eyecatcher. Man erkennt gleich, da ist die Feuerwehr. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Finkt auch ein bisschen Farbe auf die Wand. Das ist immer so grau vorher. Insofern ist es nicht verkehrt und bringt auch vielleicht ein bisschen Zuwachs für die Feuerwehr. Ursprünglich sollte auf die weiße Wand das Logo der Feuerwehr dann statt Schauernheim. Die Intention des Künstlers aber eine andere. Das Logo, da guckt man ein, zwei Mal hin und dann ist das Logo gegessen für die Leute. Und er hätte halt die Feuerwehr so dargestellt, wie es auch wirklich ist. Das ist ein heißes Hobby und für jeden machbar. Das Café, die zeigt einfach was ganz Pippiges und so ist es auch mit dem Hobby. Es lebt einfach. Auch wenn die Tätigkeit bei der Feuerwehr gefährlich und stressig sein kann, für Martin und Lisa Marie überwiegen die Vorteile. Es ist ein immenses Gemeinschaftsgefühl. Also man wächst als Mannschaft wirklich schon fast wie eine Familie zusammen. Und das ist das, was Feuerwehr halt auch ausmacht. Es ist halt einfach wichtig, Menschen zu helfen und das war mir schon immer wichtig. Und dann war das halt, weil man ja schon ab zehn hierher kann, war es mir einfach eine wichtige Sache, wo ich mir gedacht habe, warum nicht. Wer jetzt Lust bekommen hat mitzumachen, findet auf unserer Facebook-Seite alle Infos zur Freiwilligen Feuerwehr. Die Generation